Bist du nervös? Ja, du? So Freunde, euer Simon hier, eure Mara hier. Genau, wir sind in meiner Küche, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Kochzeit, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir sind hier in meiner Küche, weil wir hier ein bisschen mehr rumfruchteln können, wir haben hier mehr Sachen, mit denen wir arbeiten können, wir haben ein bisschen mehr Platz. Die Mara ist da, die mir ein bisschen assistiert und es gibt ein köstliches Rezept, ein unglaublich leckeres anaboles Rezept. Wir haben viele Fette, aber sehr, sehr gute Fette, wir haben viele Eiweiß und wir haben einfach sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Also auch ein sehr, sehr gutes Low-Carb-Rezept, diesmal köstlich. Und zwar, was machen wir? Wir machen ein, erstmal ein kleines Brot. Genau, anaboles Brot, genau. Man kann Brot machen ohne Kohlenhydrate und zwar ein sehr, sehr leckeres, wir haben das schon mit Burgern ausprobiert. Unfassbar, unfassbar, also so Upsi-Brot oder anaboles Brot, egal wie. Genau, dann machen wir noch eine schöne Thunfisch-Avocado-Creme dazu und haben dann schöne Röllchen. Genau, wir machen so kleine Röllchen, so kleine Thunfisch-Avocado-Sushi-Röllchen. Was brauchen wir? Frischkäse brauchen wir? Genau, drei Esslöffel Frischkäse, drei Eier. Drei Eier, genau, nehmt da die Bio-Eier, ihr kennt ja meine Meinung, ein bisschen bessere Fette, eine schönere Farbe. Auch insgesamt tut ihr auch was, so ein bisschen für die Tierhaltung. Was noch? Ein bisschen Backpulver. Genau, für das Upsi-Brot, genau. Genau, und ansonsten Salz, Pfeffer, aber das hat man ja eh daheim. Genau, dann braucht ihr für die Füllung noch Thunfisch in eigenem Saft, ganz wichtig. Und wie gesagt, wir machen die Anabole-Diät, macht nicht den Fehler, dass ihr wirklich zu viel Eiweiß nehmt, wenn ihr die Anabole-Diät macht. Nehmt da wirklich und da passt perfekt die Avocado mit rein. Die Avocado ist ein Obst, hat auch ein paar Kohlenhydrate. Ich werde so oft gefragt, wie viele Kohlenhydrate sind denn in Ordnung in der Anabolen-Diät? Man kann das nicht so genau sagen, weil es immer so auf die Relation zwischen Kohlenhydraten und Fetten ankommt. Das heißt, wir haben in Avocado ein paar Kohlenhydrate, aber wir haben sehr, sehr viel Fett, sodass die Kohlenhydrate einfach insgesamt nicht in euren Blutkreislauf kommen und da auch einen Insulinspiegel oder einen Blutzuckerspiegel irgendwie groß anregen. Und in dem Fall ist da wirklich Avocado unglaublich gut, unglaublich lecker für die Anabole-Diät und gibt einfach einen wahnsinnig schönen, cremigen, saftigen Geschmack da rein. Avocado kann ich nur empfehlen, sehr, sehr gute Fette. Gleicht auch wirklich den Cholesterinspiegel aus, sorgt wirklich fürs gute Cholesterin, reguliert den auch aus, also auch wenn ihr nicht die Anabole-Diät macht. Ich glaube, wir legen einfach mal los. Gerne. So, zuerst den Backofen vorheizen. Auf wie viel Grad heizen wir den Backofen vor? 200. 200 Grad gut vorheizen und dann macht ihr euch an die Arbeit. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Wexer, weil wir müssen auch hier die Eier wieder trennen. Eier trennen? Eier trennen, genau. Wo kommen die Eigelb kommen? Das Eigelb muss da rein werden. Also Eigelb in den Frischkäse, wie viel Frischkäse haben wir? Drei Esslöffel. Drei Esslöffel Frischkäse und Eigelb rein. Momentchen, Chef. Wir wollen ja keine Schalen am Essen. So, das übernehme ich dann gleich mal. Na, warte. Was sind das denn für komische Eier? Seltsame Eier. Wie viel Salzpfeffer nehmen wir? Nach Bedarf. Sehr gut. Backpulver? Backpulver kommt in das Eiklang. Echt? Mhm. Wie viel? So einen Teelöffel in etwa. Backpulver ist auch schon heiß. Unterheben? Genau. Möchtest du Burger machen oder möchtest du einen Fladen machen? Einen Fladen. Einen richtig schönen großen Fladen. Und dann rollen wir das und dann schneiden wir das in kleine Sushi. Reicht schön. Schön fluffig lassen. So flüssig? Fluffig und flüssig. Ja, ihr seht von der Konsistenz, es ist tatsächlich flüssig. Also ich habe nichts falsch gemacht. Dachte ich auch gerade. Aber... Nein, es bleibt so. Und dann kommt das... Entweder könnt ihr als Burger das wirklich als Fladen auf das Backfleisch verteilen. Oder richtig schön als Flatschen. Oder einfach einmal als gesamte Masse. Und dann schön formen. Ihr seht, es verläuft auch nicht zu sehr. Von dem her wird das dann eine richtig schöne Masse. Und ich hoffe, man hört dich. Ich muss an Simons Brust, damit ihr mich hört. Also schön verteilen. Und von der Dicke, ihr könnt es selbst bestimmen, wie dick ihr es haben wollt. Aber es wird eben ein bisschen flacher, deswegen. Das macht das schön. Es geht im Backofen auch gut hoch. Erstmal, ne? Und dann bleibt es platt. Dann wird es wieder platt. Jetzt packen wir erstmal das Ding hier in den Ofen. Wie lange? Zehn Minuten. Platz 200 Grad? Ja. Mittlere Einschubhöhe? Ich glaube Einschubhöhe, genau. Ober-Unterhitze. Und bei 200 Grad. Zehn Minütchen. In der Zwischenzeit machen wir uns die Creme. Aus Thunfisch. Avocado. Salz, Pfeffer. Und mehr braucht ihr nicht. Das ist so aromatisch. Das ist so lecker. Wirklich. Wenn ihr wissen wollt, wie man die schält, einfach in die Hälfte. Und dann könnt ihr die Haut einfach so runternehmen. Also nehmt auf jeden Fall eine reife Avocado. Ja, das ist wirklich noch nicht ganz reif. Aber geht schon. Genau. Richtig schön vermengen. Sieht das nicht köstlich aus? Das als Hamburgerbrötchen. Bombe. So, nachdem es ein bisschen abgekühlt ist, nur leicht abkühlen lassen ein bisschen, wird das Ganze auch schon belegt wahrscheinlich, oder? Genau. Wir müssen aber erstmal ein bisschen vom Strafgapier lösen, weil es einfach sehr stark belegt. Mit unserer köstlichen Füllung, die wir vorbereitet haben. Mit unserer köstlichen. Super köstlich. Super köstlich. Super lecker. Nein, aber es ist echt unglaublich lecker. Ich habe es schon gegessen. Es ist echt gut. Richtig, richtig gut. So. Einfach alles drauf. Unser Avocado ist leider noch ein bisschen mit großen Stückchen, weil sie nicht ganz reif war. Wenn sie reif ist, wird das so eine richtige Creme. Es wird eine richtige Creme. Das ist echt der Hammer. Aber vom Geschmack tut sich da nicht viel. Ihr seht hier unsere schicken Gainless Brain Bender. So. Zufrieden? Super. Ja? Das ist so schön. Super. Es ist so schön. So. Jetzt rollen wir es wahrscheinlich ein, oder? Rollen wir es ein? Wir rollen es ein. Komm schon. So schön. So. Und jetzt schneidet ihr euch einfach kleine Sushi-Stückchen. So. Das sieht super lecker aus. Die Restwärme geht jetzt noch an die Creme dran. Ja, sowieso. Avocado, wenn sie warm ist, ist es einfach so genial. Es schmeckt so lecker. Ihr müsst wirklich nur Salz und Pfeffer dran machen. Und ihr habt echt mega Geschmack. So. Die essen wir direkt. So. Freunde, das war das unglaublich einfache, schnelle Rezept. Es ist wirklich schnell fertig. Es passt in die Anabolendiät. Es passt in jede andere Diät. Es ist unglaublich lecker. Wirklich. Es ist sehr, sehr, sehr lecker. Es ist sehr gesund. Eben nicht nur in einer Anabolendiät. Macht es unbedingt nach. Danke, Mara, dass du da warst. Dass du uns das Rezept gezeigt hast. Gerne. Abonniert den Channel weiterhin. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Macht beim Trainings- oder Nebungssystem mit, wenn ihr wissen wollt, wie ihr sowas kombiniert mit dem richtigen Training und so weiter. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.